Ist Gonzalo Ramos ein möglicher Kandidat für den Sturm des FC Bayern? Der 21-jährige Portugiese soll laut einem Bericht der Sun ein möglicher Kandidat für die Bayern und einiger englischer Klub sein. Ein genereller Vorstoß der Bayern im Winter in Richtung eines neuen Stürmers ist alles andere als unwahrscheinlich. Ich meine, dass die Bayern auf dieser Position Probleme haben, ist denke ich für jeden offensichtlich. Und auch Julian Nagelsmann sagte zuletzt, dass er sich über die Lage im Sturm Gedanken machen wird. Logisch, dass dann auch Gerüchte aufkommen. Gonzalo Ramos steht noch bis 2026 bei Benfica Lissabon unter Vertrag bei einem Marktwert von 20 Millionen Euro. In den bisherigen 12 Pflichtspielen konnte er 8 Tore und 5 Vorlagen beisteuern. Eine Quote, die sich durchaus sehen lassen kann. Zu seinen Stärken zählen seine Schusstechnik und eine gute Physis. An seinem Torinstinkt arbeitet er ja gerade und scheint in diesem Aspekt auf einem sehr guten Weg zu sein. In der abgelaufenen Saison stand er noch im Schatten von den zu Liverpool gewechselten David Nunez. Denn da brauchte er noch 46 Pflichtspiele für eine ähnliche Quote von 8 Toren und 4 Vorlagen. Wir können ja also von einer Entwicklung sprechen, die sich definitiv sehen lassen kann. Und dadurch, dass Benfica, wenn man Medien glauben darf, wirtschaftlich angeschlagen ist, ist ein Transfer bereits im Winter nicht ausgeschlossen. Gut möglich, dass sich die Bayern Gedanken machen und vielleicht sogar zuschlagen. Kostengünstig wäre ein Transfer jedoch nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Man United wohl bereit sein soll, über 28 Millionen Euro zu bezahlen. Dementsprechend müssten die Bayern eine ähnliche Summe auf den Tisch legen. Potenziell wäre Ramos eine solche Summe aber wohl wert. Er verfügt über das Profil, welches die Bayern suchen und bringt mit seinen 21 Jahren noch einiges an Steigerungspotenzial mit. Und das sowohl sportlich als auch finanziell. Fraglich ist an der Stelle jedoch, ob die Bayern sich einen jungen Spieler holen würden. Denn mit Mathis Tell hat man bereits ein Megatalent, welches in den nächsten Jahren auf seinen Durchbruch hofft und für das auch viel Geld ausgegeben wurde. Meiner Meinung nach wäre ein älterer und erfahrener Spieler sinnvoller. Nicht nur um Tell den Weg nicht zu verbauen, sondern auch um den Bayern sportlich in der Rückrunde sofort weiterhelfen zu können. Wie immer wird man die Entwicklung abwarten müssen, dass sich die Bayern aber generelle Gedanken um einen Neuner und womöglich auch Gonzalo Ramos machen, halte ich grundsätzlich für gut möglich. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall mal gespannt, ob und wie die Bayern auf die Thematik im Winter reagieren werden. Meiner Einschätzung nach wäre eine Nachbesserung alles andere als ausgeschlossen und durchaus sinnvoll. An der Stelle die Frage an euch, sollte der FC Bayern im Winter auf Stürmersuche gehen oder die Saison mit dem vorhandenen Personal zu Ende spielen? Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, macht's besser und bleibt am Ball.